so hallo ich bin der jürgen und ich möchte heute mal ein ganz anderes video machen mit bildern und zwar über das thema reiki lernen aus der kunterlinie das bedeutet im prinzip nichts anderes wer sich für dieses thema interessiert mit der universellen kraft zu arbeiten mit dieser energie und da gibt es im prinzip drei weihen die erste weihe ist aus der kraft der kunterlinie wie gesagt die kunterlinie wird erweckt bei der zweiten weihe steht die kunterlinie alles symbolisch gesehen über den kopf und bei der dritten weihe geht die kunterlinie nach innen und die ganze kraft lebenskraft kann man sagen wird also verstärkt im ganzen körper es gibt unzählige möglichkeiten also mit dieser energie mit dieser kraft aus der kunterlinie zu arbeiten das wird jetzt wahrscheinlich die länge von diesem video sprengen das würde zu lang gehen das ganze wer sich dafür interessiert unten ist der link angeblendet und ich möchte noch dazu sagen das kann man also anklicken diesen linken ganz klar und kann man sich ein bisschen nachlesen man kann mich auch kontaktieren mir eine e mail schreiben das ist gar kein thema wenn man sich für dieses thema interessiert noch dazu gesagt es gibt keine nebenwirkungen also das stimmt absolut nicht was da alles behauptet wird ich bin selber kunterlinie meister bzw reiki meister seit fast zwölf jahren und also es ist das beste was mir persönlich in meinem leben hätte passieren können ich habe mich damals einweilen lassen weil ich bemerkt hatte mir fehlt irgendetwas ich konnte aber nicht zuordnen was es war ja ich möchte hier jetzt nicht meine ganze lebensgeschichte aufzählen wie gesagt wer interesse hat kann sich gerne mich kontaktieren den link klicken unten am video ist der verlinkt und dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal beim nächsten video euer jürgen dankeschön